Das, was ich dieses Jahr wieder erkannt habe, für mich auch und was mir so gut getan hat, ist, einfach mal wirklich zu machen, zu malen, auch wenn es überhaupt nichts Neues ist und es ist überhaupt nicht fancy und null innovativ und es hat vielleicht schon, es gibt schon tausend Pins von genau diesem Ding, was ich da male, diesem Motiv auf Pinterest. Das ist total egal, weil der Zauber der Kreativität im Prozess liegt auf der einen Seite, aber auch in der Simplizität, also in der Einfachheit. Hey und herzlich willkommen zu Create & Care, dem Podcast, in dem es um Dich und Dein eigenes Wohlbefinden geht. Du erhältst von mir hier regelmäßig praktische Impulse zum Aufladen Deiner Batterien im Alltag und Denkanstöße für Deine eigene Persönlichkeitsentwicklung. Mein Name ist Tanja Kapell alias Frau Höllen und ich bin Deine Begleiterin auf dem Weg zu mehr Kreativität und Selbstfürsorge im Alltag. Hallo, ich begrüße Dich heute zu einer ganz besonderen Folge. Es ist die Folge 26 und damit die letzte Folge des Jahres 2023 und damit auch der Abschluss meines allerersten Podcast-Jahres ever. Ich bin immer noch voller Dank und Stolz und auch, ich kann es immer noch gar nicht fassen, dass ich tatsächlich vor ungefähr viereinhalb Monaten dieses Abenteuer-Podcast-Ding tatsächlich endlich gewagt habe nach jahrelanger Aufschiebung. Und ich freue mich so, so sehr, dass dieser Podcast einfach mittlerweile wirklich auch StammhörerInnen erreicht jede Woche, wenn eine neue Folge rauskommt. Und ja, deswegen dachte ich mir, ich mache diese letzte Folge des Podcast-Launch-Jahres 2023 auch zu einer ganz besonderen Folge und einer ganz besonders persönlichen Folge. Denn was meinen Podcast Great in Care ja ausmacht und was sozusagen auch seine DNA ist, ist meine Persönlichkeit, die 300 Prozent Frau Hölle, die wirklich in diesem Podcast in jeder einzelnen Folge stecken. Denn es geht hier ja bei meinen Folgen und bei dem, was ich dir immer mitgeben möchte, nicht um irgendwie allgemeines Fachwissen, was man auch woanders irgendwie lesen oder hören kann oder irgendwelche wissenschaftlichen Studien, die man sich auch irgendwo anders anschauen kann, wenn man sie denn anschauen möchte und es einen interessiert. Nein, es geht wirklich um meine persönlichen Erlebnisse, Erfahrungen und vor allen Dingen auch wertvollen Erkenntnisse daraus aus meinem eigenen Leben, die ich ja in Form von diesem Snackable Podcast an dich da draußen auditiv weitergeben möchte. Einfach wirklich, ich hatte es glaube ich in der Eingangsfolge auch mal so formuliert, wie eine gute Freundin im Ohr, die einen so ein bisschen berät, beisteht, begleitet im Leben und von der man vor allen Dingen auch so ein bisschen profitieren kann, wenn es um eigene Fehlerquellen geht, um eigene Impulse oder Ideen für die eigene Lebensgestaltung. Das war und ist das Ziel dieses Podcasts, also wirklich mein Leben und meine mehr oder weniger wertvollen Erkenntnisse, das liegt natürlich immer in deiner Bewertung, wie wertvoll du irgendwas empfindest, was ich hier weitergebe, dass ich das auf jeden Fall dir mitgeben möchte. Tatsächlich habe ich gar nicht lange überlegen müssen, was ich mit diesem allerletzten bahnbrechenden Format und dieser letzten Folge des Jahres mache, denn es steht natürlich fest, ich glaube das macht auch jeder im Podcast-Universum da draußen, es gibt einen Jahresrückblick. Es gibt einen persönlichen Jahresrückblick von mir, einen Rückblick auf das Jahr 2023, nicht nur die vier Podcast-Monate, sondern die gesamten zwölf Monate, knallhart, ehrlich und ungeschönt, so wie du das von mir auch in diesem Format, aber auch auf meinen anderen Kanälen gewohnt bist, wenn du mir vielleicht auch schon länger folgst. Und tatsächlich ist so ein Jahresrückblick auch gar nichts Neues in meinem Leben und auch nicht in meinem Business-Kontext, denn ich habe, glaube ich, mittlerweile schon die letzten, boah, bestimmt drei, vier oder fünf oder sechs Jahre sogar schon so ein Format auf meinem Blog geteilt. Jedes Jahr habe ich also ein Fazit, einen Jahresrückblick auf meinem Blog niedergeschrieben und tatsächlich hat es mich immer sehr viel Zeit und Kraft gekostet, weil ich es ja absolut nicht liebe Texte zu schreiben, aber umso mehr den Spaß daran gefunden habe, Texte einfach einzusprechen in dieses Mikro, so wie jetzt gerade. Und deswegen lag es natürlich auf der Hand, dieses alte Medium des Blog-Schreibens einfach mal, ja, in die Moderne raufzuholen sozusagen und genau, jetzt auditiv im neuen Medium Podcast stattfinden zu lassen. So here I am, der erste Frau Hölle Jahresrückblick im auditiven Podcast-Format geht genau jetzt los, also mach es dir bequem, wo auch immer du gerade meinen Jahresrückblick 2023 hörst. Im besten Fall vielleicht irgendwo gemütlich auf der Couch, dann kuschel dich vielleicht einfach gemütlich unter die Decke, es ist ja auch ein bisschen kalt geworden mittlerweile, Ende Dezember. Mach dir vielleicht noch eine Tasse heißen Glühwein oder kalten Wein von mir aus auch und ja, viel Spaß mit meinen Erlebnissen und Erkenntnissen dieses Jahr. Ja, ich habe das ja mal so ein bisschen nicht nur reflektiert, sondern auch sortiert und auch in verschiedene Themenbereiche runtergebrochen. Das mache ich eigentlich immer, auch wenn ich privat für mich so eine Jahresreflexion mache, dann sortiere ich eigentlich alles, was passiert ist, unter bestimmte Themen und Kategorien ein, um das einfach nicht als irgendwie so Wust zu verarbeiten und auch festzuhalten, sondern so ein bisschen zu kategorisieren. Und genau das habe ich also auch mit dem Jahr 2023 gemacht und werde dir jetzt anhand verschiedenster Kategorien einfach ein bisschen berichten, was mir so dieses Jahr alles passiert ist. Und eine wichtige Sache, die hörst du wahrscheinlich auch schon, ich bin ein bisschen erkältet. Es hält sich noch in Grenzen, aber ich glaube, man hört es doch sehr gut auf so einer Audiospur. Ich bin ein bisschen erkältet und das ist, glaube ich, auch so die Quittung gerade für die doch sehr stressigen und schlaflosen, möchte ich nicht sagen, aber nicht sehr schlafintensiven letzten Wochen des Jahres. Es ist tatsächlich jedes Jahr einfach wieder so ein Marathon, der ab 1.12. beginnt sowieso schon, vor allem im unternehmerischen Sinne, da nochmal alles abzuschließen, aber natürlich auch im privaten Sinne, da die ganzen Weihnachtsfeiern mit den Kindern für die Kinder, Umzüge, Bastelsachen und so weiter und so fort wahrzunehmen. Aber dann eben auch nochmal on top dieses Jahr mit dem allerersten Durchlauf des Create and Care Boosters, der ja am 1.12. gestartet hat. Mein 30-tägiges Online-Programm für mehr kreative Selbstfürsorge im Alltag. Ja, das läuft noch bis 30.12. und da gibt es tatsächlich immer noch ein paar letzte Texte für mich zu schreiben und insofern, ja, war in den letzten Wochen doch sehr, sehr, sehr herausfordernd. Aber summa summarum, selbst wenn ich jetzt wieder so ein bisschen kränkele und wie gesagt, so ein Schnupfen, der, der haut mich ja noch lange nicht um, muss ich tatsächlich sagen, alles, was ich dieses Jahr so gesundheitsmäßig erlebt habe, war einfach kein Vergleich zu dem Jahr davor, denn 2022 bin ich tatsächlich, Achtung Wortwitz, durch die Hölle gelaufen. Also ich habe mal reflektiert, nochmal ein Jahr vorab, was ich 2022 alles so an Bazzillen, an Land gezogen habe. Und das fing schon an, ich glaube im Frühjahr 2022, mit Hand und Fuß, was ich noch nie in meinem Leben hatte. Und ich glaube, wenn man keine Kinder hat, dann kennt man das zum Glück auch nicht. Es war einfach grauenvoll. Ich hatte so schlimme Halsschmerzen damals wie noch nie, dann gefolgt von einem ganz, ganz schlimmen Ausschlag, den ich im Gesicht bekommen habe, Periorale Dermatitis, heißt dieses grässliche Wort schon. Das war so zum, ja, zum Höhepunkt meines Sabbaticals und auch zum Tiefpunkt meiner Tiefpunkte eigentlich, was dann wiederum natürlich sehr erkenntnisreich war für mich am Ende. Aber ja, also dieser Ausschlag, den mache ich auch nicht mehr. Und last but not least hat es ja 2022, vor genau einem Jahr, glaube ich, mit der schlimmsten Grippe ever, die ich je gehabt habe, geendet. Also ich leide mindestens 14 Tage, daran kann ich mich sehr gut erinnern, bis kurz vor Heiligabend komplett flach. Ich war totally knocked out. Sowas habe ich noch nie in meinem Leben, nicht mal mit Corona erlebt. Also es war so gar nichts mehr fähig. Und insofern, alles, was ich dieses Jahr so erlebt habe, war echt ein Pipifax dagegen. Und so die außergewöhnlichste Krankheit, die ich dieses Jahr mitgebracht habe, von irgendwo aus dem Wald wahrscheinlich, war tatsächlich die Borreliose, von der ich immer noch nicht weiß, welche Zecke da irgendwie wann mal an mir drangeklebt haben muss. Denn von Zecke bekommt man das ja. Aber ja, ich habe das auch mal erlebt und kann einen Haken dran machen an meiner Lebensliste der kuriosen Krankheiten. Und die schlimmste Krankheit des Jahres 2023 war tatsächlich dieser grausame Norovirus, der mich während der Kur mit Ben erwischt hat. Also wo ich wirklich zwei Tage einfach komplett flach lag. Sowas habe ich noch nie erlebt. Im Hagen-Damen-Sich ist ja schon schlimm, aber das hatte nochmal so eine andere Intensität. Wünsche ich keinem, aber habe ich alles durchlebt. Und es war eigentlich summa summarum wirklich ein gutes Jahr für meinen Körper, also meine körperliche Gesundheit. Ich würde auch fast so weit gehen zu sagen, dass ich ein stabileres Immunsystem mittlerweile habe. Und ich würde sogar sagen, dass das vor allen Dingen darauf besteht oder darauf beruht, dass ich einfach mittlerweile meine eigenen Körpersignale besser wahrnehme oder überhaupt mal wahrnehme. Also davor habe ich ja wirklich jahrelang immer nur nach dem Motto gelebt, mein Körper muss, ich will, er muss, Punkt. Gut, also los. Und gar nicht darauf geachtet, was da eigentlich irgendwie an Reaktionen, an körperlichen Reaktionen kommt. Ich habe lange auch mein Tinnitus, der wirklich so das maximalste Leidenssignal meines Körpers ist, wenn einfach gar nichts mehr geht, wenn der Autopilot einfach wirklich too much ist, habe ich einfach ignoriert. Und naja, wo das alles geendet hat, wisst ihr ja wahrscheinlich, wenn ihr diesen Podcast schon länger hört, nämlich in meinem Burnout und dem darauf folgenden Sabbatical. Mittlerweile und seitdem höre ich einfach wirklich ganz intensiv darauf, was in meinem Körper zu sagen hat, reagiere auch schon früh, sofern es möglich ist. Und da komme ich auch wieder zur jetzigen Zeit. Es ist natürlich jetzt so am Ende des Jahres nicht möglich zu sagen, ja, ich merke gerade, es wird zu viel. Dann lege ich mal die Beine hoch und lege mal eine kurze Auszeit ein, weil dann ist halt Weihnachten schon vorbei. Dann ist das Online-Programm auch schon gelaufen und Texte fehlen. Nein, das wäre nicht so schön, aber, und das ist auch der Unterschied zu meinem Leben davor, vor meiner Transformation und vor meinen wertvollen Erkenntnissen der Selbstfürsorge, ich arbeite jetzt immer noch viel und manchmal sicherlich immer noch zu viel, aber dennoch achte ich auch während dieser intensiven Phasen auf meinen Körper. Also ich bin immer im Austausch mit meinem Körper und sage ihm auch, hey, ich weiß, gerade behandle ich dich wirklich nicht gut, aber wir schaffen das gemeinsam. Und sagen, guck mal, jetzt nehmen wir uns mal fünf Minuten Zeit und atmen einfach mal oder genießen jetzt mal diese, weiß ich nicht, Banane oder diesen Tee. Also wirklich auch dieses achtsame Wahrnehmen von Momenten, ich glaube, das tut mir unfassbar gut und hilft meinem Körper auch dabei, generell einfach stabiler zu sein und ja auch gewappneter zu sein gegen all die Bazillen da draußen, die natürlich gerade Kinder immer anschleppen. Und last but not least hat mich, glaube ich, auch so, dass viele trinken, ich versuche jetzt wirklich so meine zwei Liter Wasser am Tag zu trinken, die letzten Monate, gerade so Herbst-Winter-Saison gut geschützt, Vitamin C, D, Immopret sind so Sachen, die ich auch fast täglich einfach zu mir nehme, zur Vorsorge und zum Schutz und zur Prävention. Und ich glaube, so die Mischung aus dem allen, aber vor allem auch die, ja so dieses ganz bewusste Wahrnehmen der kleinsten Körperreaktionssignale, das tut mir tatsächlich einfach nachhaltig gut. Und dann sind wir schon bei einem anderen großen Thema, was sich dieses Jahr wirklich komplett verändert hat für mich und was aber mich sowohl privat als auch beruflich sehr, sehr stark und intensiv begleitet, nämlich die Kreativität. Und hier muss ich nochmal kurz zurückschwenken in die Zeit, ja vor meinem Tiefpunkt und vor meinem Sabbatical, denn da hatte die Kreativität ja wirklich ein Level in meinem Leben erreicht, wo es einfach keinen Spaß mehr gemacht hat. Also die Kreativität hat natürlich schon immer seit dem ersten Tag meiner Selbstständigkeit mein Business, mein Unternehmertum bestimmt, mitbestimmt und auch am Leben gehalten. Und deswegen war natürlich immer mehr Druck dahinter. Umso mehr sich auch der Markt vergrößert hat, umso mehr MitbewerberInnen da aufgetreten sind auf der Bildfläche, umso größer war der Druck, doch immer noch mehr, noch besser, noch schneller, noch geiler, noch innovativere Sachen zu entwickeln, zu entdecken. Und das hat Summa Summaro am Ende auch dazu beigetragen, dass ich einfach in dieses Loch gefallen bin und Kreativität auch erstmal wirklich gar nicht mehr nutzen wollte. Also ich habe wirklich nach diesem Loch, nach diesem Burnout-Tiefpunkt vor eineinhalb Jahren einfach mal ganz lange Zeit gar nichts mehr gemacht. Ich habe nicht mehr gemalt, ich habe nicht mehr gelettert, ich habe einfach, ich wollte einfach auch nichts mehr damit zu tun haben und habe, glaube ich, auch die längste Zeit meines Sabbaticals zu keinerlei Stiften oder Pinseln gegriffen. Einfach mal einen kompletten Breakdown machen mit dem, was ich die Jahre zuvor immer gemacht habe und immer machen musste. Und genau das, also dieses komplette Entfernen von etwas, was mir nicht mehr gut getan, also schlecht getan hat zu dem damaligen Zeitpunkt, hat meine Liebe zur Kreativität, da habe ich wieder neu auflömmen lassen. Also es ist ja ganz oft so im Leben, dass man sich von irgendwas, was einem nicht mehr gut tut, erstmal vollkommen distanzieren muss, ob das jetzt ein Mensch ist oder vielleicht auch eine Sache oder vielleicht auch ein Lebensmittel, Schokolade oder sowas, von Alkohol ganz zu schweigen, um Gottes Willen. Aber alles, was irgendwann einfach nicht mehr gut ist, sollte man vielleicht erstmal loslassen, Stichwort loslassen und sich davon verabschieden und akzeptieren, dass es einfach vorbei ist. Und dann kann es geschehen und das war das, was mir passiert ist, dass es wiederkommt, ganz von selber, ganz natürlich und sich dann wieder gut anfühlt. Und so ist tatsächlich die Kreativität nach und nach wieder mehr in mein Leben getreten und hat ja auch unter anderem dazu beigetragen, dass ich gesund wurde und mich selbst gesund gemacht habe, weil ich Kreativität dann aber zum ersten Mal, nach sieben Jahren, auch auf eine ganz andere Art genutzt habe, nämlich auf diese selbstfürsorgliche, meditative und nicht Ergebnis, sondern prozessorientierte Art. Und unter anderem deswegen oder mit dem, habe ich dann auch so dieses freie Malen zum ersten Mal für mich entdeckt. Also ich habe ja wirklich jahrelang immer nur nach Motiv gemalt und eben, wie ich es gerade auch gesagt habe, ergebnisorientiert produziert und kreativ gearbeitet und auch anderen Menschen das Ganze natürlich weitergegeben. Mal doch mal einen Weihnachtsbaum, mal doch mal eine Loose-Water-Color-Rose, schreib doch mal einen schönen Spruch. Also wirklich immer mit dem Ziel eines schönen Ergebnisses. Und aber dieses freie, abstrakte Malen, auch gerade mit Acrylfarben, mit diesen Pasten, die man einfach mit einem Spachtelmal auf die Maloberfläche aus Papier, auf die Leinwand draufknallt und verreibt, ohne Ziel und ohne Vorgabe, das ist unheimlich befreiend für mich gewesen. Also das habe ich davor noch nie gemacht. Und ich weiß noch, dass ich richtig eigentlich angefixt wurde damit, mit der allerersten Art Night, von der ich euch ja auch schon berichtet habe, in der vergangenen Podcast-Folge mit der Amy von Art Night. Das war, glaube ich, sogar noch im Dezember 2022. Da habe ich ja zum ersten Mal einfach so ein abstraktes Kunstwerk auf Leinwand gemalt. Und es hat mich so bewegt, einfach mal die Farbe mit dem Spachtel auch gerade und dem Malmesser machen zu lassen, was ja auch schon wieder ein ganz anderes Medium ist als ein Pinsel und ein Stift, wo man ja sehr viel konkreter arbeitet. Und ja, also lange Rede, kurzer Sinn, dieses abstrakte, gegenstandslose Malen und Kreativsein hat mich so beflügelt und mitgenommen und abgeholt. Und auch gerade Mixed Media, also diese Mischung aus verschiedenen Materialien und Elementen, Acryl, Collagen mit Kleber, mit Buntstiften obendrauf und Ölpastell und Wachspastell. Ich habe so viel Neues auch wieder entdeckt dieses Jahr, was auch sinnlich ist. Also auch diese Wachspastelle sind so unheimlich sinnlich und riechen auch noch so gut und füllen sich so schön an. Also das alles trägt ja auch zu diesem achtsamen Malen bei, dass ich jetzt auch so immer wieder hervorhebe und auch selbst weitergebe, weil es so eine schöne Sache ist. Und damit zusammen hängt auch der Gedanke, der mich so dieses Jahr kreativ durchs Jahr getragen hat, das Einfachmachen. Das war früher schon immer mein Leitspruch, aber irgendwann habe ich es dann auch aus den Augen verloren, weil ich eben so voller Druck von außen nur noch kreativ sein konnte und musste, dass ich dieses Einfach, also Betonung auf Einfachmachen völlig aus den Augen verloren habe. Und das, was ich dieses Jahr wieder erkannt habe für mich auch und was mich so gut getan hat, ist einfach mal wirklich zu machen, zu malen. Auch wenn es überhaupt nichts Neues ist und es ist überhaupt nicht fancy und null innovativ und es hat vielleicht schon, es gibt schon tausend Pins von genau diesem Ding, was ich da mal, diesem Motiv auf Pinterest. Das ist total egal, weil der Zauber der Kreativität im Prozess liegt auf der einen Seite, aber auch in der Simplizität, also in der Einfachheit. Und bestes Beispiel für mich ist da wirklich das Spachteln. Also was man alles mit einem einzigen Spachtel und ein, zwei Acrylfarben aus der Tube machen kann, ist so gigantisch, abgesehen von den abstrakten Kunstwerken, die man sich wirklich dann aufleimend an die Wand hängt, auch ein bisschen Gold mit dazu, ist aber auch so das einfache Spachteln auf Papier und dann ausschneuern. Jetzt zum Beispiel gerade, heute habe ich auf Instagram gepostet, meine Spachtelweihnachtsbäume. Es ist so phänomenal, es ist so idiotensicher und so einfach, aber auch wieder so schön, wenn man sich einfach befreit von der Vorstellung, dass man was großartig Neues und Innovatives leisten muss. Also einfach mal mit einem Spachtel Farbe auf Papier verstreichen, einen Weihnachtsbaum draus ausschneiden, Stempel hinten drauf machen, da muss man noch nicht mal was selber gelettert haben und dann an meine Mitarbeiterinnen zum Beispiel verschenken. Das habe ich für mich wieder entdeckt. Also wirklich Einfachheit, Kreativität durch Einfachheit, habe mich dieses Jahr wirklich begeistert. Ganz abgesehen von dem Kerngedanken, den ich jetzt auch weitergebe, meinen eigenen Produkten, Kreativität wirklich als Prozess, als Weg wahrzunehmen und zu wertschätzen für die eigene Genesung, für die eigene mentale Prävention und da wirklich einfach regelmäßig seine eigenen Energie-Pushs wieder rauszuziehen aus der Kreativität. Dann kommen wir auch schon zu einem ganz anderen und auch weiteren wichtigen Punkt dieses Jahr, nämlich meiner Persönlichkeitsentwicklung. Das ist eine Sache, wo, glaube ich, jeder immer selbst so ein bisschen reflektiert, was oder wie ist er oder sie das Jahr über gewachsen, an was bin ich gewachsen, was hat mich verändert, positiv aber auch negativ. Und der Anstoß dazu, den gab wirklich meinen Solo-Urlaub, den ich ja zu Beginn des Jahres in Österreich gemacht habe, also die ersten zwei, drei Tage ganz alleine ohne Family und Co. in diesem kleinen Hotel am Rande von Österreich im höchsten Berg, wo ich wirklich nochmal mein Sabbatical zum einen wirklich komplett reflektiert habe, aber auch so das, was ich als Fazit daraus mitnehmen möchte, für eben mein weiteres zukünftiges Leben. Und das hat wirklich sehr, sehr viel beeinflusst, auch dieses Jahr. Und verändert und allen voran war, glaube ich, so die Wiederentdeckung meines, ich nenne es mal Urwesens, der größte Gewinn für mich und meine Persönlichkeit und auch meine Zukunft, weil ich endlich nach 38 Jahren gemerkt habe und entdeckt habe durch auch Recherche und einfach, weil ich es überall mal wieder gesehen und gelesen habe, dass ich zum Beispiel hochsensibel und introvertiert bin. Das sind zwar zwei so Buzzwords, die man mittlerweile ganz, ganz häufig sieht und hört und liest, auch auf Social Media. Und erst dachte ich, scheint irgendwie gerade so in zu sein und trennt zu sein, aber ich habe mich einfach in den Beschreibungen dieser beiden Charakter- und Wesenseigenschaften wiederentdeckt und ganz egal, dass ich, also wer sich jetzt irgendwie damit schmückt, möchte ich gar nicht sagen, aber betitelt, das ist total egal. Es hat mir persönlich nämlich einfach geholfen, dass ich verschiedene Dinge, die passieren in meinem Leben, besser einordnen und sortieren kann. Und zum Beispiel, Beispiel aus dem wirklichen Leben und Alltag, jetzt weiß ich, okay, mit viel Lärm, Lautstärke komme ich einfach nicht zurecht. Das war früher für mich immer so ein Manko. Ich dachte mir, warum bin ich so verkehrt und so anders, dass ich irgendwie Menschen, Massen, Lautstärke, Gewusel nicht abkann. Das können doch alle anderen auch. Was ist an mir bitte schön verkehrt? Jetzt weiß ich, ist überhaupt nichts verkehrt. Ich bin halt einfach so. Und ich weiß aber auch, wie ich mir selbst helfen kann und mich dann eben auch präventiv schützen kann in solchen Situationen durch die Anerkennung meiner Wesenseigenschaften. Nämlich zum Beispiel gerade auch mit den Kindern hier zu Hause, dass ich halt, wenn es zulaub wird, einfach mal den Raum verlasse oder tatsächlich einfach mal meine Noise-Constellation-Kopfhörerei mache, wenn die beiden gerade irgendwie ein Schreikonzert veranstalten. Also so schütze ich mich selber im Alltag durch das Anerkennen dessen, was ich im Kern bin und was mich ausmacht und was kein Makel ist meines Wesens, sondern einfach eine Eigenschaft. Und ja, grundsätzlich habe ich auch wirklich dieses Jahr gelernt, wahnsinnig dankbar und demütig dem Leben gegenüber zu sein, auch und vor allem durch einen wirklich sehr tragischen persönlichen Schicksalsschlag bei uns in der Familie, der mir gezeigt hat, und oft braucht es ja leider sowas, wie schnell einfach alles vorbei sein kann. Und was für ein Glück wir aber dann doch hatten, dass wir einfach noch weitermachen können. Und das vergesse ich seitdem keinen einzigen Tag in meinem Leben. Und das hat mich auch so ein bisschen gelehrt, das Gute selbst an schlechten Tagen zu sehen, was übrigens auch eine Weisheit generell von Buddha ist, die in ganz vielen Büchern, die ich gelesen habe, steht, das Leben tut weh. Ja, Mann, es ist einfach so, das Leben ist nicht nur irgendwie happy as ass und alles immer pink und rosa, rot und glitzer. Das Leben ist halt so gemacht, dass es dir auch mal wehtut. Und das zu erkennen, anzuerkennen und zu akzeptieren, ist total heilsam. Und das habe ich für mich getan. Ich betrachte das Leben wirklich umso mehr, das habe ich schon davor getan, aber umso mehr seit diesem Jahr als Geschenk und möchte es einfach jeden Tag leben und nutzen. Selbst wenn ich mal eine Scheißnacht hatte, selbst wenn ich irgendwie mal eine Scheißnachricht im Instagram-Postfach hatte oder selbst wenn Mitarbeiter gehen oder man andersweitig irgendwie enttäuscht wurde, all diese Fails, die einem passieren, passieren, die gehören dazu. Und das habe ich für mich wirklich einfach erkannt und akzeptiert. Und das hat mich sehr, sehr bereichert. Und das Thema Selbstversorge ist natürlich auch noch mal im Bereich der Persönlichkeitsentwicklung ein anderer Aspekt. Also da muss ich wirklich sagen, habe ich riesen Schritte gemacht dieses Jahr. Ich habe ja wirklich nach dem Sabbatical, also Ende 2022, sehr, sehr viel für mich einfach mitgenommen und festgelegt und auch so in den Alltag versucht zu integrieren, sagen wir mal so. Die Frage ist natürlich immer, was dann wirklich Bestand hält und beständig bleibt im Alltag, auch bei mir. Und es gibt aber wirklich einige Sachen, die ich wirklich fest verankert habe und die mir unfassbar gut tun. Und ich hatte es schon angesprochen, Wassertrinken ist zum Beispiel ein Ritual, was mich einfach wirklich durch den Tag begleitet. Meine zwei Liter Wasserfläche steht hier schon wieder neben mir und ich muss schon wieder mehr trinken, sehe ich gerade. Aber das ist einfach so ein Ding. Und genauso natürlich meine festen Rituale, meine Morgenroutine des Meditierens, des achtsamen Atmens, überhaupt Achtsamkeit 24-7 ist für mich, deswegen gab es ja auch schon eine Folge dazu, echt ein Game Changer dieses Jahr geworden. Also dieses vermeintliche Buzzword, was irgendwie jeder kennt, aber jeder auch irgendwie so für sich als brauche ich nicht einordnet, ist für mich einfach wirklich so lebensbejahend und wichtig geworden, dass ich einfach auch auf meine Körpersignale, genau, hatte ich schon gesagt, einfach immer achtsam reagiere und achte. Tinnitus, Ausschlag und Co., dass ich aber auch in der Natur einfach viel achtsamer unterwegs bin. Also auch meine Gassirunden mit dem Hund, die nutze ich einfach auf eine ganz achtsame und andere Art und Weise. Und abgesehen davon habe ich dieses Jahr, glaube ich, auch wieder kleidungstechnisch und so Beauty-Make-up-technisch, sage ich jetzt mal, zu mir zurückgefunden. Also auch da habe ich festgestellt, durch diese ganzen Reflexionen auch im Sabbatical, habe ich mich doch stark und weit von mir entfernt die letzten Jahre und natürlich auch gerade durch Social Media immer versucht, jemand anderer zu sein, als ich wirklich im Kern bin und viel einfach weggeschoben, was mich aber ausmacht. Und durch diesen Break, durch das Sabbatical und die darauffolgenden Reflexionen habe ich wirklich gemerkt, dass ich das gar nicht muss, aber dass ich es auch gar nicht bin und wieder zu mir gefunden. Also ich kleide mich jetzt einfach wieder wirklich so, wie ich mich fühle, jeden Tag. Ganz egal, was am Ende dabei rauskommt. Mal schick, mal casual. Ganz oft mit Leggings mittlerweile. Das ist einfach irgendwie so mein Signature-Style geworden, mein Moody-Signature-Style mit Leggings und Hoodie, Oversized-Hoodie oder Pulli rumzulaufen. Aber es fühlt sich einfach gut an. Es fühlt sich nach mir an. Es fühlt sich nicht aufgesetzt an. Und genau das soll es auch sein. Und auch im Make-up-Bereich habe ich für mich zum Glück wirklich schon zu Beginn des Jahres einfach auch eine Marke entdeckt. Also Jaxx ist wirklich für mich so mein Begleiter geworden, der mein Leben nicht revolutioniert hat, aber schon einfach positiv beeinflusst hat. Ich habe da für mich so meine Beauty-Make-up-Routine am Morgen gefunden, die mir auch hoch und heilig ist. Also diese 10 Minuten Make-up-Routine am Morgen, die lasse ich mir auch nicht nehmen. Da nehme ich mir auch wirklich Zeit. Da möchte ich meine Ruhe haben. Das ist für mich wirklich ein Teil auch der Selbstfürsorge, jeden Tag und jeden Morgen. Da ganz achtsam meine Cremes aufzutragen und meine Augenbrauen zu malen und so. Und das ist wirklich auch ein wichtiger Begleiter in meinem Leben geworden. Und summa summarum so zum Thema Selbstfürsorge möchte ich auf jeden Fall an der Stelle auch noch loswerden, was für mich eine total bahnbrechende Erkenntnis war, was zwar auch in ganz vielen Ratgebern steht, aber wo ich immer so ein bisschen drüber gelächelt habe. Je selbstfürsorglicher man mit sich selbst umgeht und man selbst einfach mehr auf sich selbst achtet, desto selbstfürsorglicher und achtsamer geht man auch mit seinem Mit-Engine um. Und das ist eine Sache, die ist tatsächlich total faszinierend, weil sie einfach stimmt. Ich habe dieses Jahr festgestellt, dass ich durch meine eigene Transformation und Veränderung und Persönlichkeitsentwicklung auch mit meinen Mitmenschen und vor allen Dingen auch mit meinen Mitarbeiterinnen anders umgehe. Das ist für mich wirklich total bahnbrechend. Und ich hätte es auch nie gedacht, dass dieses Thema Self-Care so einen immensen Einfluss hat, nicht nur auf einen selbst, das ist ja klar, das liegt auf der Hand, sondern auch auf alles drumherum. Also auch wie ich mit meinen Kindern umgehe, wie ich sie wahrnehme, wie ich auf sie reagiere, hat sich in vielen Punkten wirklich krass verändert zu der Zeit davor. Einfach, weil ich mit mir selbst immer wieder im Dialog stehe und dadurch und daraus gelernt habe, sehr viel sensibler und achtsamer allgemein zu sein, zu leben, zu handeln. Ja, und da sind wir auch schon beim letzten Punkt eigentlich, so meiner großen Themen und Kategorien des Jahresrückblicks 2023, nämlich meinem Unternehmen. Wie hat sich mein Unternehmen dieses Jahr verändert, gewandelt, transformiert? Und ja, ich habe es erst letzte Woche bei der Weihnachtsfeier erzählt, deswegen ist es noch sehr frisch, all die Gedanken dazu. Aber ich möchte sie hier auch an dich einmal kurz gesammelt zumindest an dich weitergeben. Es war tatsächlich ein Jahr der Herausforderungen. Also das verflixte siebte Jahr, das trifft tatsächlich auf das Pro-Hölle-Studio-Jahr 2023 zu. Es war ein Jahr voller Herausforderungen, Abenteuer, aber leider auch vielen, vielen Enttäuschungen, sowohl personell, finanziell, kapazitär, inhaltlich, projektmäßig, produktmäßig. Also egal, in welche Dimension ich da denke, es waren viele, viele Tiefen, ein paar Höhen zum Glück, die uns irgendwie auch durch das Jahr gebracht haben und geleitet haben am Ende auch. Aber ich schließe es für mich als das schwierigste Jahr meines Unternehmens ab. Wohlwissend, dass es nach jedem Tief auch wieder nach oben geht und aufwärts geht. Also auch das, klingt abgetroschen, ist aber für mich eine ganz wichtige Erkenntnis gewesen. Genauso wichtig wie die Erkenntnis, dass es nun mal auch wehtut im Leben, gibt es eben auch mal Tiefs und mal Hochs. Und auch im Unternehmertum, im unternehmerischen Leben ist es natürlich ganz genauso wie im persönlichen, privaten Leben. Es gibt einfach mal Scheißjahre. Und hey, das war wirklich das Beschissenste Jahr ever, ever, ever. Wow. Ich bin so froh, dass es vorbei ist. Also ich will auch gar nicht allzu sehr in die Tiefe gehen. Vieles ist auch natürlich confidential, aber es war unfassbar beschissen. Ich bin trotzdem wahnsinnig froh, dass ich mit einem so tollen Team dieses Jahr abschließen kann und in ein neues, bestimmt großartiges Jahr starten kann. Das fühle ich jetzt schon. Und da bin ich auch wieder voller Dankbarkeit und Demut, dass trotz dieser wirklich riesigen Herausforderungen, die ja wir oder vor allem ich als Geschäftsführerin dieses Jahr wuppen mussten, dass ich das mit so einem tollen Team im Rücken machen und schaffen konnte. Allein wäre ich sicherlich schon längst oder hätte ich schon längst resigniert und gesagt, ach komm, wir können mich mal gerne haben. Ich fahre das ganze Unternehmen einfach an die Wand. Und ich habe keinen Bock mehr. Tschüss. Nee, also da gibt es wirklich und gab es immer diese Menschen, die an mich geglaubt haben, die mich unterstützt haben. Natürlich auch Fans, FollowerInnen, KundInnen, die einfach tolle Nachrichten geschrieben haben und mich immer weiter im Glauben gelassen haben, auch durch den neuen Weg und den Wandel, durch den Booster, durch Create and Care, durch die neue Produktwelt, vor allen Dingen dadurch, dass es einfach richtig ist und dass es weitergeht. Und es wird weitergehen. Create and Care ist wirklich nur mit dem Booster der Anfang mit etwas ganz, ganz Großem. Ich habe heute erst wieder geschrieben, Freunde, Slack. Ich habe Hummeln im Hintern, weil ich so viele Ideen habe, wo es dann noch nächstes Jahr, die nächsten Jahre hingehen kann. In dieser neuen, kreativen, achtsamen, meditativen Welt, dich da erst angetreten, wo ich die Tür gerade erst so aufgetreten habe dieses Jahr und dann noch diese riesige, diese riesige Welt an Möglichkeiten jetzt einfach liegt und auf mich und mein großartiges Team wartet. Also ja, es ist einfach, es ist vorbei und es ist gut und ich bin froh und wir sind alle wirklich wahnsinnig froh. Und es wird auf jeden Fall besser. Ich habe auch ja schon erwähnt, dass ich wirklich nächstes Jahr auch vor allen Dingen und auch dieses Jahr aber auch schon, das habe ich schon gemacht und begonnen, mein Unternehmen einfach achtsamer führen möchte. Also auch das, was ich selbst an Transformation erlebt habe, möchte ich umso mehr auch an MitarbeiterInnen weitergeben. Also wirklich auch vorleben, ein achtsamer Mensch, eine achtsame Geschäftsführerin zu sein und vor allem auch die Selbstfürsorge im beruflichen Kontext viel mehr in den Fokus zurück. Das ist ein super spannendes Thema, Self-Care im Business-Kontext. Ja, vielleicht gibt es dazu auch mal die ein oder andere Podcast-Folge nächstes Jahr, wer weiß. Aber mein Ziel ist es jetzt erstmal, um meinen Fahrplan, das für mich so weit zu verinnerlichen, dass ich es wirklich einfach auch eins zu eins weitergeben kann. Und das habe ich auch schon mit dem Weihnachtsgeschenk an meinem Team getan. Ich habe nämlich meinem ganzen Team einen Einguterplan-Terminkalender zu Weihnachten geschenkt. In natürlich pink. Wie könnte es anders sein? Das ist wirklich ein super cooler Terminkalender fürs Jahr, aber mit ganz viel Achtsamkeit und Selbstliebe gespickt. Also ganz viele Impulse sind inhalten, Reflexionsfragen, um einfach da schon mal so ein bisschen den Weg vorzugeben und auch die Achtsamkeit und auch die Reflexion, also wirklich den Dialog mit sich einfach vorzuleben, weil der so, so wichtig ist. Und ja, dann glaube ich auch die Türen und Tore öffnet für ein achtsamer Rest miteinander im gesamten Unternehmen. Und das ist auf jeden Fall ein großes Ziel von mir. So, das waren also so meine größten Erkenntnisse und Erlebnisse dieses Jahr 2023. Ich möchte am Ende noch, oder ich möchte das Ende der Folge eigentlich beschließen mit meinen Highlights. Jetzt habe ich ja auch viel von Lowlights erzählt, aber ich möchte auf jeden Fall diese Folge beenden mit den Highlights meines Jahres, weil die gab es auf jeden Fall auch, trotz dieser vielen persönlichen Enttäuschungen und Herausforderungen. Also meine persönlichen Highlights 2023 waren auf jeden Fall die Taufe von meinem kleinen Sohn Noah. Das war super, super schön, das einfach mitzuleben und natürlich hochemotional. Was für uns als Familie total schön war, die Disney kreuzt hat, die wir machen durften im Mittelmeer. Das, also, boah, da kriege ich schon wieder Pipi in den Augen, weil das einfach, glaube ich, das Highlight meines, nicht nur dieses Jahres, sondern meines ganzen Lebens sein und bleiben wird. Wow. Genauso wie unser Halloween-Besuch im Europapark. Also, das wird nicht der letzte Besuch zur Kürbiszeit im Europapark gewesen sein. Das war einfach phänomenal. Das war einfach so, so cool. Und, ja, ich bin einfach wirklich so ein Freizeitpark-Fangirl, glaube ich, wie man vielleicht merkt. Aber auch die Kur mit Ben, die ich jetzt im November gemacht habe, drei Wochen Mutter, Kind, Kur mit meinem größeren Sohn, waren tatsächlich jetzt reflektierend ein Highlight, wobei es natürlich anders als erwartet ablief, die ganze Kur an sich. Aber wir hatten einfach wirklich so eine schöne Zeit, die auf jeden Fall als Highlight verbucht wird für mich dieses Jahr. Und nach den persönlichen Highlights gab es natürlich auch unternehmerische Highlights 2023. Und da fällt mir als allererstes die Geburtstagsfeier ein. Das Frau-Hölle-Studio ist ja, wie gesagt, sieben Jahre geworden. Das verflickste siebte Jahr, hat ich ja bereits erwähnt. Und das haben wir wirklich fett gefeiert dieses Jahr im April. Und haben ja, ich weiß gar nicht mehr, über 400 Menschen da eingeladen, einen Tag lang ins Studio zu kleinen kreativen Workshops. Es gab aber auch kleine Pop-Up-Stores bei uns im Studio. Es gab viel zu essen, viel zu trinken. Man konnte mit mir gemeinsam kreativ werden, man konnte sieb drucken. Es war so, so schön, endlich mal noch wieder so viele Menschen im Studio zu sehen. Das hat mich wahnsinnig berührt und bewegt. Und genauso berührt und bewegt haben mich die Workshops, die ich dieses Jahr wieder im Studio veranstaltet habe, nach über dreijähriger Workshop-Abstinenz, dank Corona und Co. natürlich. und vor allen Dingen der Abstract-Art-Workshop. Also dieser Workshop, in dem ich diese Liebe zu abstrakter Kreativität weitergegeben habe, die hat mich so, das hat mich wirklich so bewegt. Und auch zu sehen, wie das bei den anderen Teilnehmerinnen vor Ort ankommt und rüberkommt. Wow! Ja, vielleicht geht es dann nächstes Jahr noch mal weiter in der einen oder anderen Art. Das war auf jeden Fall ein riesiger, toller Milestone für mich dieses Jahr. Und ebenfalls ein fetter, geiler Milestone war der Live-Call, den ich gemeinsam mit über, ich glaube, 150 Teilnehmerinnen aus der allerersten Create & Care Booster-Runde hatte am 1.12. Das war so cool für mich einfach und auf jeden Fall ein Highlight, weil ich diese ganzen echten Menschen da mal gesehen habe in dem Zoom-Call, die mein Produkt gekauft haben, die meinen Weg verfolgen und mitgehen möchten, für mehr Selbstfürsorge, für sich selbst und an sich selbst zu glauben. Und wow! Das hat mich noch einmal einfach auch bestärkt in meinem Weg und in meinem Wandel. Und dazu kommt natürlich auch, last but not least, das ist der Abschluss dieser Folge, dieser Podcast. Der Podcast war auf jeden Fall und ist immer noch ein Highlight für mich dieses Jahr. Es war ein Projekt, was ich, ich hatte es eingangs erwähnt, wirklich jahrelang von mir hergeschoben habe aufgrund von Angst, aber auch Unwissen und großem, großem Respekt vor diesem neuen Medium. Und es ist fast zu einem der schönsten Side-Projects geworden dieses Jahr. Es ist natürlich kein Riesenprojekt, es läuft zu nebenbei, aber es ist für mich immer wieder schön, Folgen einzusprechen und auch Feedback dafür zu bekommen. Und ein riesiger Meister mal auf jeden Fall, dass wir auch schon den ersten Werbepartner für uns verbuchen und finden konnten. Das hätte ich nie für möglich gehalten, nach gerade mal 26 Folgen. Und da muss ich echt sagen, ja man, genau das hat sich auch wieder gelohnt, da einfach mal ins kalte Wasser zu springen, zu glauben, einfach mal zu machen und selbstbewusst diesen Weg zu gehen. Also das ist wirklich, glaube ich, so mein Fazit dieses Jahr. Trotz all dieser Komplikationen und Hindernisse und Herausforderungen und tiefen Tiefpunkte hat es mir umso mehr gezeigt, dass man einfach an sich und seinen Weg glauben sollte, wenn man in sich reinhört. Das Wichtigste für mich ist in diesem Jahr geworden, mit mir selbst immer in den Dialog zu treten und in Verbindung zu stehen. Dass auch in den Hochzeiten, jetzt zum Beispiel gerade, wo ich mental, aber auch körperlich enorm gefordert bin, dass ich mit meinem Körper einfach im Dialog stehe und mit ihm zusammenarbeite und ihn einfach nicht ständig ignoriere, sondern ihn respektiere. Also das ist, glaube ich, für mich so der rote Faden und mein maximales Fazit aus 2023, ja, für mich einfach einzustehen und für meinen Körper und meinen Geist einzustehen. Puh, das war bewegend und viel und ja, auf jeden Fall 100% persönlich und ehrlich. Ich hoffe jetzt, dass du genauso wie ich das Jahr gut für dich abschließen kannst, vielleicht auch nochmal so wie ich einfach eine kurze Reflexion machen kannst, vielleicht sogar auch wie ich im Rahmen der Raunächte, da nochmal dein Jahr wirklich einfach für dich so, ja, an deinem geistigen Auge vorbeiziehen lassen kannst, bevor du dann gemeinsam mit mir am 01.01. in ein neues Jahr eintrittst. Und ich freue mich riesig auf das neue Jahr. Ich schließe dieses Jahr ganz bewusst ab mit all den Learnings, die ich für mich verbuche. Ich schließe dieses Buch 2023 und öffne mein neues Buch am 01.01. Ich freue mich riesig, wenn du auch nächstes Jahr wieder in diesem Format, in dem Podcast-Format von Frau Holle mit dabei bist. Ich freue mich total, wenn du mir Feedback gibst, denn nur mit Feedback kann man lernen, kann man wachsen, kann man sich verändern. Und deswegen habe ich dir auch in die Show Notes eine klitzekleine Umfrage gepackt, um mir einfach nochmal wirklich persönlich direkt ehrlich und knallert und auch gerne ungeschön Feedback zu geben zu den vergangenen 26 ersten Folgen dieses Create & Care Podcasts. Ich würde mich wahnsinnig freuen, wenn du mir da kurz einfach ein paar Infos gibst und Feedback schickst. Ich würde mich umso mehr freuen, wenn du mir als Weihnachtsgeschenk 2023 eine gute Bewertung oder einen Kommentar da lässt, damit dieser Podcast einfach noch weiter wachsen kann und noch mehr erreichen kann. Und dann freue ich mich darauf, wenn wir uns am, ich glaube, 5. Januar zur ersten Folge im neuen Jahr wiedersehen und, nein, besser noch, wiederhören. In diesem Sinne, rutsch gut und vor allen Dingen gesund ins neue Jahr und pass immer gut auf dich auf. Deine Tanja A. 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 A.